So, meine Damen und Herren, Sie sehen es zur Seite immer ein bisschen, da ist die 1, die neue deutsche Meisterin Luise. Luise, herzlichen Glückwunsch zunächst erstmal zu deinem allerersten Titel. Danke. Ja, ich freue mich einfach nur, dass ich hier sein darf und dass ich auch so gut spielen konnte, weil manchmal schafft man es dann nicht, die Leistung abzurufen, aber heute hat einfach alles geklappt. Ich wollte gerade sagen, es waren normalerweise ja so ein bisschen enge Spiele auch, die du hattest, schon mit der Fabienne. Heute ging das alles super fix. Ja, also, es lief einfach von Anfang an, also ich habe mich auch relativ wohl gefühlt, weil gestern gegen Olga habe ich mich schon gut gefühlt. Und ich habe auch gemerkt, dass Fabienne am Anfang so ein bisschen mit sich gehadert hat. Ich glaube, die hatte auch anstrengende Spiele gehabt und ich denke, ich war frischer und habe es dann auch besser umgesetzt. Und ihr alle bei Facebook, sie ist absolut verdiente deutsche Meisterin im Damen-Meinster geworden zum ersten Mal. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Luise Heim. Danke.